Die Nr. 3, der Barth-Klobien, Modell von der Rheinburg, auch von Sandbäne. Die Nr. 4, der BD-Morpion, BSC Bischofsheim von Sandburg. Die Nr. 5, der BD-Morpion, BSC Karsfeld, BSC Bischofsheim von Sandburg. Die Nr. 6, Billy Robert, EMC Werlein, BSC Bischofsheim von Sandburg. Die Nr. 7, der BD-Morpion, BSC Bischofsheim von Sandburg. Die Nr. 8, der Schölzer Rüber, MCC 2009, der jüngste da oben, Hanno. Die Nr. 9, der Stadion Hans-Johl, BD-Morpion Racing. Die Nr. 10, der Marusser Tito, EMC Werlein. So, alle fertig, Streckenforsche, BD-Morpion. Achtung, Schlaufer voll im Unterhalt der nächsten 10 Sekunden. Go! Musik Vielen Dank. 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 Vielen Dank.